Ja, ich finde es ja auch ein bisschen lächerlich, ich weiß. Aber seitdem unsere Porzellanfirma breiter gegangen ist und wir das Haus nicht halten konnten und sich jetzt auch noch Mutters Rollstuhl befindet haben, war es sich einfach nicht mehr weiter. Ronald. Ja, Claire. Ich habe da noch einen Onkel in der Schweiz. Ich habe dir nie von ihm erzählt, aber er kann uns vielleicht finanziell unterstützen. Wirklich? Ja. Ist er sehr wohlhabend? Er ist sehr wohlhabend. Das Problem ist nur... Ja, Claire. Jetzt steht noch der bis zum Beispiel ین Wunsch. Wenn du jetzt einschhörst,